Hallo, mein Name ist Dr. Martin Grubig. Ich bin unabhängiger Forscher im Bereich der Endokrinologie, auch bekannt als Hormonlehre. Mein Spezialgebiet ist Insulinproduktion bei Diabetes und in den nächsten Minuten werde ich einige hochbrisante Informationen mit Ihnen teilen. Was würden Sie denken, wenn ich behaupte, es gibt ein natürliches Heilmittel für Diabetes, das die Krankheit an ihrer Wurzel angreift, aber dass die Pharmaindustrie absichtlich über dieses Mittel schweigt? Es ist ein zu 100%ig wirksames und gänzlich natürliches Mittel, von dem aber 99% der Ärzte in aller Welt noch nie gehört haben. Und doch kann es die Gesundheit und die Lebensqualität von Diabetespatienten schon nach kurzer Anwendung erheblich verbessern. Was würden Sie denken, wenn ich Ihnen sage, dieses kann die meisten Unannehmlichkeiten und Beschwerden, die eine Diabeteserkrankung verursacht, beseitigen, selbst in Fällen, bei denen die Krankheit vererbt wurde oder wenn Ihr Blutzuckerwert schon seit Jahren konstant über 200 liegt? Was würden Sie denken, wenn ich Ihnen sage, dass all das in nicht mal 30 Tagen machbar ist? Vielleicht denken Sie, dass das Humbug ist oder vielleicht hoffen Sie, dass es tatsächlich möglich ist. Was auch immer Sie gerade über diese Behauptung denken, spielt im Grunde keine Rolle, denn am Ende dieser Präsentation werden Sie mir nicht nur glauben. Sie werden aufgrund von wissenschaftlichen Tatsachen davon überzeugt sein, dass es funktioniert. Ich weiß, dass meine Methode funktioniert, genauso wie ich weiß, dass morgen die Sonne aufgehen wird. Einfach, weil ich es schon tausende Male hintereinander erlebt habe. Seien Sie sich einer Tatsache bewusst. Ich nenne hier meinen echten Namen und riskiere meinen Ruf sowie meine Zulassung als Arzt. Wenn ich Sie in die Irre führen wollte und tausend andere Menschen, die diese Präsentation tagtäglich anschauen, würde ich das bestimmt nicht unter meinem echten Namen tun. Diese Methode hat nachweislich bereits über 24.900 Menschen geholfen, ihren Zustand deutlich zu verbessern, und zwar ohne Spritzen, Operationen, Tabletten oder Krankenhausaufenthalte. Mehr als 20.000 von ihnen sind Typ-1-Diabetiker. Auch sie leben jetzt ganz normal, ohne das tägliche Leid ihrer Krankheit. Sie haben ihre Blutzuckerwerte im Griff, egal was und wie viel sie essen oder wie viel Bewegung sie machen, egal wie viel Stress sie haben oder wie viel Schlaf sie bekommen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, einfach wieder normal leben zu können. Keine Medikamente mehr, keine Stiche in den Finger, keine Tests, keine ständigen Besuche beim Arzt. Wichtiger noch, keine ständige Angst vorm Erblinden, eine Amputation oder einem bis zu elf Jahre früheren Tod als ein Nicht-Diabetiker. Und vor allem, endlich wieder essen, was man will, ohne darüber nachzudenken, selbst wenn es ein Milchshake oder ein Hamburger ist. Auch die Familien von Diabetikern profitieren von diesem Programm. Kinder bekommen ihren glücklichen und starken Vater oder ihre lebensfrohe und liebevolle Mutter zurück. Und die Lebensgefährten haben endlich wieder Partner oder Partnerinnen, auf die sie sich verlassen können, statt sich immer um sie sorgen zu müssen. Seit Beginn ihrer Krankheit wissen sie, dass es keine Heilung gibt. Nur Wege, diese zu kontrollieren, zum Beispiel durch die Bewegung, eine strenge Diät und tägliche Fingerstiche oder Injektionen. Speziell Typ 1 Diabetes wird immer als unheilbar dargestellt. Und dieser Lüge wäre ich fast selbst aufgesessen. Ich werde hier aber ein Geheimnis mit Ihnen teilen. Es geht dabei darum, wie der menschliche Körper und sein Hormonsystem funktioniert und wie man Diabetes wissenschaftlich nachweisbar besiegen kann, wenn man sich einfach an bestimmte Regeln hält. Mehr als 34 klinische Studien belegen diese einfache Lösung. Doch statt, dass diese in allen Medien publik gemacht wird, umgibt sie eine Mauer des Schweigens. Und dies, obwohl diese Studien beweisen, dass nicht nur ihre Blutzuckerwerte innerhalb weniger Tage stabilisiert werden können, sondern sogar die Ursache der Diabetes bekämpft werden kann. Die spektakulären Ergebnisse sind möglich, da sich der Ansatz, komplett vom üblichen Weg Diabetes zu behandeln, unterscheidet. Ich habe ein Jahrzehnt lang versucht, ein Heimittel für Diabetes zu finden, indem ich die Bauchspeicheldrüse und die Insulinproduktion erforscht habe. Erst dann habe ich erkannt, dass Insulin gar nicht das effektivste Mittel ist, um den Blutzuckerwert zu regulieren. Es gibt noch einen anderen Stoff, der 100 Mal stärker wirkt als Insulin. Jeder von uns hat ihn im Körper, bereit Insulin zu ersetzen. Tatsache ist, man braucht eigentlich gar nichts anderes, um Blutzucker zu regulieren. Nur haben wir nie gelernt, diesen Stoff zu aktivieren. Wer weiß, wie das geht, wird Zucker sogar noch besser umwandeln können, als bevor er an Diabetes erkrankt ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum die Pharmaindustrie diese Dinge verschweigt und auch kein Arzt darüber spricht. Warum gibt es keine medizinischen Fachartikel zu diesem Thema? Auch wenn ich jetzt meine Karriere aufs Spiel setze, möchte ich Ihnen sagen, warum. Es gibt eine nachweisbare Verschwörung, die die Heilung von Diabetes verhindern soll. Und ich kann Ihnen das mit solcher Sicherheit sagen, weil ich selbst gewisse Einblicke in dieses System habe. Es ist erschütternd, aber unbedingt notwendig, dass Sie mir genau zuhören. Öffnen Sie die Augen und erkennen Sie, dass Sie ein Opfer dieses Systems sind. Oder glauben Sie wirklich, dass die Pharmaindustrie alles unternimmt, um Diabetes zu heilen? Heute leben allein in Deutschland 6 Millionen Diabetiker. Das sind 10,2 Prozent der Erwachsenenbevölkerung. Jedes Jahr kommen 300.000 dazu. So wird diese Zahl bis 2030 auf über 10 Millionen anschwellen. Leiden lässt sich nicht in Zahlen fassen. Doch die Tatsache, dass fast 80 Prozent aller Amputationen in Deutschland diabetesbedingt sind, zeigt, welcher Albtraum diese Krankheit ist. Und jede Stunde sterben sogar drei Menschen an den Folgen der Zuckerkrankheit. Und trotzdem sollen wir immer noch kein Heilmittel für Diabetes gefunden haben? Wie ist das möglich? Schließlich gibt es doch auch Impfungen gegen Polio und Pocken. Auch das Heilmittel für Tuberkulose wurde binnen zwei Jahren gefunden. Sogar gegen Aids gibt es schon sehr effektive Medikamenten-Cocktails. Diabetes hat sich mit dem Bevölkerungswachstum in den letzten 50 Jahren zur Epidemie ausgeweitet und wird immer gefährlicher. Es ist eine tödliche Krankheit, die immer unkontrollierbarer wird. Und trotzdem weit und breit kein Heilmittel. Wir sollen sogar immer noch genauso weit von effektiven Behandlungen entfernt sein wie vor 10 Jahren. Es heißt, es gäbe keine Heilung für Diabetes. Eine Aussage, die jeden daran erkrankten zu einem Leben in Hilflosigkeit verdammt. Es fühlt sich an wie beim Roulette. Ein allgegenwärtiges Risiko von Erblindung, Amputation, Nierenversagen, Herzkrankheiten, Alzheimer oder sogar Krebs. Der Tod ist ein ständiger Begleiter. Nur ein bisschen Insulin zu viel kann zu einem diabetischen Schock, zu einem Koma oder zum Tod führen. Besonders schlimm ist es, wenn Sie ein Typ 2 Diabetiker sind und Ihnen die Ärzte sagen, es sei Ihre eigene Schuld, beziehungsweise Sie sollten sich mehr bewegen und sich besser unter Kontrolle haben. Auch als Typ 1 Diabetiker fühlt man sich hilflos und akzeptiert einfach, dass man sein ganzes Leben lang zu einer strengen Diät verdammt ist. Auch ich habe das zuerst akzeptiert, bis ich erkannt habe, dass hier etwas nicht stimmen kann. Es hat mich wütend gemacht und es sollte auch Sie wütend machen. Nutzen Sie diese Wut positiv, um Ihr Leben zu verändern. Dieses Programm hat wirklich tausende wundersame Erfolgsgeschichten hervorgebracht und ist nun auch durch viele Doppelblindstudien wissenschaftlich bewiesen. Schon am ersten Tag der Anwendung verbessern sich die Blutzuckerwerte und bereits nach zwei Wochen werden Sie sich so gut wie schon lange nicht mehr fühlen. Woher kommt diese unglaubliche, aber tatsächlich wirksame Methode? Dazu muss ich Ihnen meine persönliche Geschichte erzählen. Mein Vater, Walter Grubig, der der örtliche Pfarrer unserer Gemeinde war, bekam mit 54 Jahren die Diagnose Diabetes. Er folgte den ärztlichen Anweisungen aufs Wort, spritzte mehrmals täglich, nahm ein Pillencocktail aus Medikamenten und Nahrungsergänzungen, hielt strenge Diät und bewegte sich viel. Trotzdem wurde ihm das Bein amputiert. Er war ein begeisterter Fußballspieler gewesen und nun konnte er nicht einmal mehr gehen. Sein Tod, nur vier Jahre nach der Erstdiagnose, veränderte mein Leben für immer. Ich brach mein Theologiestudium ab und begann Medizin zu studieren. Niemand sollte mehr mein Leiden durchleben und ein Familienmitglied durch Diabetes verlieren. Bei meiner anschließenden Forschung nach einem Heilmittel konzentrierte ich mich auf die Bauchspeicheldrüse. Und je mehr Einblicke in die Medizinindustrie ich bekam, desto klarer wurde für mich, warum es immer noch keine Heilung gibt. Es ist ein wenig, als ob ich David wäre und die Pharmaindustrie Goliath. Diese können mich fertig machen für das, was ich mit ihnen teilen werde. Ich glaube aber fest daran, dass man sich gegen die Pharmaindustrie behaupten kann, wenn man es nur richtig macht. Die Pharmaindustrie verschweigt und ignoriert absichtlich Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, die eine Heilung für Diabetes bedeuten könnten. Dafür werde ich Ihnen eindeutige Beweise vorlegen, wie das Zitat, das aus einem aufgezeichneten Gespräch zwischen einer Freundin von mir, die als außerordentliche Professorin an der Medizinischen Universität von Harvard lehrt und dem obersten Manager einer der drei größten internationalen Pharmafirmen stammt. Meine Freundin legte dem Manager vielversprechende Forschungsergebnisse vor, die eine Diabetes-Impfung für möglich hielten. Mithilfe der Pharmaindustrie könnte dies zu einer Heilung von Diabetes führen. Seltsamerweise stieß meine Freundin auf ziemlichen Widerstand und fadenscheinige Ausreden, warum dies nicht möglich sei. In einem Anflug von Ehrlichkeit sagte ihr der Pharma-Manager schließlich Folgendes. Eine kostengünstige, allgemein erhältliche Impfung bringt uns einfach nicht genug Geld ein. So ist es und aus. Meine Freundin war schockiert. Hatte er ihr doch indirekt gerade gesagt, dass ein milliardenschweres Unternehmen einfach nicht bereit sei, dicke Profite zu opfern, selbst wenn es Millionen Leben rettet? Dieses Zitat findet sich auch im Internet. Sie können es nachlesen. Leider ist es so, dass Medikamente, Insulin und medizinische Hilfsmittel wie Insulinspritzen, Blutteststreifen oder Zuckermessgeräte den großen Pharmafirmen an die 245 Milliarden Dollar pro Jahr bringen. Und diese 245 Milliarden Dollar würden sich binnen zwei Jahren in Luft auflösen, wenn es ein Heilmittel gäbe. Die Aktien der Pharmafirmen würden rapide verfallen, weil Investoren lieber in technische Errungenschaften investieren. iPhones werden schließlich nicht geheilt und verschwinden dann. Das ist der Grund, warum es immer noch kein Heilmittel gibt. Und für mich war das ein Grund, mich noch mehr der Forschung zu widmen, da von der Pharmaindustrie keine Hilfe zu erwarten war. Ich habe mich auf Typ 1 Diabetes, das auch mein Vater hatte, konzentriert. In diesen Fällen kann die Bauchspeicheldrüse überhaupt kein Insulin produzieren, sie ist also praktisch tot. Unter normalen Umständen kann es dafür keine Heilung geben. Das wäre, wie jemanden von den Toten aufzuwecken. Also wollte ich einen komplett anderen Ansatz finden. Ich habe unzählige Theorien miteinander kombiniert, doch am Ende bekam ich die entscheidende Hilfe von meinem größten Feind. Auch wenn die Pharmafirmen nicht auf meiner Seite waren, hielt ich trotzdem Kontakt zu ihnen. In einer der drei größten Firmen weltweit fand ich sogar einen Freund. Jemanden, der erkannt hatte, was ich tat und mir wirklich helfen wollte. Er möchte nicht, dass sein richtiger Name genannt wird. Ich nenne ihn daher einfach Andi X. Er hatte Zugang zu Besprechungen zwischen den Managern und Forschern, darunter eine für Diabetes. Er zeigte den Forschern dabei einen Artikel, den ich zum Thema Diabetes veröffentlicht hatte und wollte ihre Meinung dazu wissen. Sie waren sich einig, dass der von mir damals vorgeschlagene Ansatz nicht funktionieren würde. Ich war enttäuscht, doch dann sagte Andi mir, dass die Forscher selbst glaubten, das Heimittel schon seit Jahren zu haben. Aber ihre Führungskräfte erlaubten es nicht, dies zu testen oder gar herzustellen. Und sie wollten wissen, ob ich vielleicht einen Weg finden könnte, es selbst zu testen. Andi riskierte seinen Job, weil er Leben retten wollte und gab mir den entscheidenden Tipp. Ich sollte meine Forschung auf die Leber konzentrieren und die sogenannten IGF, insulin-like growth factors, auf Deutsch insulinähnliche Wachstumsfaktoren als Ersatz für Insulin in Betracht ziehen. Und ich sollte dabei unbedingt auf Einheitlichkeit achten. Diese Möglichkeit hatte ich noch nie bedacht. Doch schon nach wenigen Untersuchungen zeigte sich, dass dieser Ansatz sehr vielversprechend sein könnte. Eigentlich sagt der Name insulinähnlicher Wachstumsfaktor schon alles. IGF tun im Grunde dasselbe wie Insulin und funktionieren wie ein Ersatztank, für den Fall, dass kein Insulin mehr vorhanden ist. Nur, dass niemand diesen Ersatztank wirklich benutzt. Doch könnten die IGF das Insulin wirklich ersetzen? Nachdem ich alles richtig umgerechnet hatte, zeigte sich, dass die IGF viel mächtiger waren als zuerst gedacht. Sogar hundertmal so effektiv wie Insulin. Nun war mir klar, warum diese Forscher diesen Ansatz für so revolutionär hielten. Wir hatten uns in der Behandlung von Diabetes die ganze Zeit auf das falsche Organ und die falschen Stoffe konzentriert. Ich kam zu dem Ergebnis, dass schon eine kleine Erhöhung von IGF die Bauchspeicheldrüse nahezu vollständig entlastet. Man müsste also nur einen Weg finden, wie man den Spiegel an IGF im Körper effektiv erhöhen kann, um die Blutzuckerwerte zu stabilisieren und so zumindest die Typ-2-Diabetes heilen zu können. Ob die Bauchspeicheldrüse noch arbeitet oder nicht, ist bei diesem Ansatz eigentlich irrelevant, da er mit einem ganz anderen Hormon als Insulin arbeitet. Selbst Typ-1-Diabetiker hätten damit also eine neue Chance. Wir mussten daher eine Methode finden, den IGF-Spiegel zu kontrollieren. Da die Pharmaindustrie jedes Medikament dafür blockieren würde, mussten wir einen anderen, natürlichen Weg gehen. Wir sind durch die ganze Welt gereist und haben hunderte Mittel und Mischungen aus unzähligen Zutaten miteinander kombiniert. Viele, aber nicht alle Zutaten fanden wir in Indien, im südlichen Asien, in Afrika und in Südamerika. Alle diese Zutaten und ihre Kombinationen wurden chemisch untersucht und im Hinblick auf ihren Einfluss auf die IGF-Produktion beobachtet. Schließlich haben wir die erfolgreichste Kombination gefunden, die schneller wirkte, als wir es für möglich gehalten hätten. Binnen acht Stunden erhöhte sie den IGF-Spiegel um 32 Prozent, notwendig waren eigentlich nur 20 Prozent und erreichte schon am ersten Tag eine um 216 Prozent erhöhte Umwandlung von Zucker. Uns war klar, dass wir gerade Geschichte schlieben. Der Impfstoff, auf den wir alle gewartet hatten, lag praktisch in Reichweite. Bei den Typ-2-Diabetikern sind die Ergebnisse noch beeindruckender. Da die IGF den Bedarf an Insulin reduzieren, kann die Bauchspeicheldrüse sich regenerieren und wieder zu ihrer normalen Funktion zurückfinden. Wenn auch Sie Ihre Diabetes-Erkrankung an der Wurzel angreifen und schon binnen weniger Tage wieder beschwerdefrei leben möchten, brauchen Sie nur drei Dinge. Die richtigen Informationen, das richtige Programm und die richtigen Zutaten. All das erhalten Sie praktisch umsonst mit unserem Programm. Sie bekommen ein exaktes, auf Sie zugeschnittenes System, das auf ganz natürliche Weise Ihre IGF-Produktion exponentiell erhöhen und Ihre Leber von allen erlittenen Schäden heilen wird. Bedenken Sie, jeder von uns hat gewisse Leberschädigungen. Und eine gesunde Leber ist entscheidend für die IGF-Produktion sowie optimale Blutzuckerwerte. Und daher wird mit diesem Ansatz nicht nur Ihre Diabetes behandelt, sondern auch andere gesundheitliche Probleme. IGF sind nämlich eng mit den Wachstumshormonen verwandt. Steigt der Anteil an IGF, steigt auch der Anteil an Wachstumshormonen. Diese erhöhen beispielsweise den Stoffwechsel, wodurch man leichter und schneller abnimmt. Und Sie verlangsamen den Alterungsprozess. Und es gibt unzählige weitere positive Nebeneffekte, wegen der Sie sich wie neu geboren fühlen werden. Das Programm ist nicht schwierig zu verstehen. Es macht Spaß und Sie können ihm einfach Schritt für Schritt folgen. Wir nennen es daher Diabeteswunder. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine Behandlung in nur 14 Tagen solche Resultate bringt. Und das sicher und natürlich ganz ohne lästige Nebenwirkungen. Sie müssen dazu keine Tabletten schlucken, sondern nur wohlschmeckende Shakes trinken, die Sie in wenigen Minuten zubereiten können. Diese Shakes sind wirklich effektiv. Ihr Blutzucker könnte sogar zu schnell fallen. Selbstverständlich haben wir dagegen Vorsorgemaßnahmen getroffen. Aber es könnte trotzdem ein Schock sein, wie schnell Ihre Werte fallen. Die Behandlung setzt an mehreren Punkten gleichzeitig an, die für rasche Ergebnisse zusammenwirken. Beispielsweise müssen Sie einige kleine Veränderungen in Ihrem Lebensstil vornehmen. Sie werden kaum etwas davon bemerken, aber trotzdem werden diese kleinen Veränderungen sich enorm auf den Zustand Ihrer Leber auswirken und Ihre Zuckerwerte stabilisieren. Diabeteswunder lässt keine Fragen offen. Wir wissen das, weil wir das System gemeinsam mit tausenden Testpersonen erprobt haben und deren Anregungen aufgenommen haben. Haben Sie dennoch Fragen, können Sie sich an unseren kompetenten Kundendienst wenden, der rund um die Uhr erreichbar ist. Die meisten Mitarbeiter waren selbst Diabetiker und können Sie daher beraten und motivieren, wie nur andere Diabetiker es können. Bevor wir zu dem Preis des Programms kommen, noch ein paar harte Wahrheiten. Wie bereits erwähnt, kostet Ihre Krankheit die Versicherungen 30.000 Euro mehr als ein Nicht-Diabetiker. Kein Wunder also, dass Ihre Versicherungsprämien teilweise doppelt so hoch sind. Selbst wenn Sie gesetzlich versichert sind, so müssen Sie doch auch privat zuzahlen. Über Ihr Leben kommt so ein fünfstelliger Betrag zusammen, den Sie Ihre Diabetes kostet. Ein Heimmittel für Diabetes müsste logischerweise sehr teuer sein. Wenn man noch die Investitionen, die Zeit und die Forschung mit einrechnet, kommt man schnell auf mehr als 12.000 Euro. Zum Glück sind wir aber keinen großen Pharmafirmen verpflichtet und wollen keinen großen Gewinn machen. Sogar wenn wir 12.000 Euro für unser Programm verlangen würden, würde sich die Investition binnen eines Jahres für Sie lohnen. Wir verlangen aber nicht 12.000 oder 10.000, ja nicht einmal 500 Euro. Wir wollen nur unsere Kosten für den Betrieb der Webseite und der Verbreitung des Wissens decken. Daher kostet Sie Diabetes-Wunder nur 37 Euro. Sie können selbst entscheiden, ob Sie bezahlen möchten, bevor Sie das Programm beginnen oder erst, nachdem Sie es ausprobiert haben. Wenn Sie nicht möchten, müssen Sie auch gar nichts zahlen, beziehungsweise sind wir auch bereit, Ihnen die 37 Euro binnen 30 Tagen auf Wunsch zurückzuüberweisen. Es ist wenig überraschend, dass kaum jemand sein Geld zurückfordert. Pro Tag verzeichnen wir durchschnittlich 83 neue erfolgreiche Fälle. Diese Menschen wollen teilweise sogar mehr bezahlen, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Zum Abschluss noch unsere Garantie. Das Produkt ist denkbar einfach und wird das Leben jedes Typ-1- oder Typ-2-Diabetikers stark verbessern. Tut es das nicht, erhalten Sie Ihr Geld zurück. Sie werden sich nicht nur besser fühlen, Sie werden auch an Gewicht verlieren, Ihre Medikamentendosen senken und wieder abwechslungsreicher essen können und Ihre Blutzuckerwerte weniger häufig messen müssen. Auch Ihr Arzt wird diese Veränderungen bemerken und Sie nach Ihrem Geheimnis fragen. Sie haben 30 Tage lang Zeit zu entscheiden, ob Sie Ihr Geld zurück möchten. Aber Sie werden schon nach 14 Tagen wissen, dass sich die Investition gelohnt hat. Wie gesagt, mir und meinem Team geht es nicht darum, mit diesem Programm den großen Reibach zu machen. Das sehen Sie ja bereits an dem Preis, den wir verlangen. Alles, was wir wollen, ist zumindest einen Teil unserer Forschungskosten zu decken und im besten Fall vielleicht sogar weitere Forschungen finanzieren zu können. Ich selbst habe in den letzten 10 Jahren jeden verfügbaren Euro in die Forschungsarbeit investiert und ich gehe nicht davon aus, dass ich dieses Geld jemals wiedersehe. Doch es ist nur ein kleiner Preis, den zu zahlen ich gerne bereit bin. Denn nun weiß ich, dass mein Vater nicht umsonst gestorben ist. Wenn Sie unser Programm jetzt bestellen, bekommen Sie von mir persönlich die Garantie, dass Sie jederzeit innerhalb von 30 Tagen Ihr Geld zurückbekommen können, sollte irgendetwas von dem, was ich Ihnen hier verspreche, nicht stimmen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Falls Sie sich die 37 Euro nicht leisten können, so schicken Sie mir bitte eine E-Mail und erklären Sie Ihre Situation. Ich werde dann schauen, dass ich Ihnen das Programm kostenlos zur Verfügung stelle, denn Ihre Gesundheit hat als Arzt für mich Vorrang. Falls Sie jedoch ernsthaft daran interessiert sind, Ihren Zustand sofort zu verbessern, drücken Sie jetzt den Bestellbutton unter dem Video und gehen Sie den ersten Schritt, um Diabetes für immer aus Ihrem Leben zu verbannen. Wir haben den Preis so niedrig wie möglich gehalten, so dass sich jeder dieses Programm leisten kann. Und dank unserer 100%-Geld-Zurück-Garantie gibt es für Sie absolut kein Risiko und keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Ich freue mich auf Ihre Erfolgsgeschichte und hoffe, wir sehen uns gleich in meinem virtuellen Behandlungszimmer. Ich freue mich auf Ihre Erfolgs-Garantie